Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Eldenring-Video und ich glaube, jetzt habe ich es gefunden. Die perfekte Waffen-Aschen-Kombination für den maximalen Schaden mit der Reihenfäule-Axt. Wo es sie gibt, zeige ich euch gleich. Das wurde auch öfters mal in den Kommentaren gefragt, wo es sie gibt. Und zwar, eisige Fäulnis-Groß-Axt. Also, mit Eis verzaubert, mit der Löwenkralle, die ich euch schon im letzten Video mal gezeigt hatte. Aber schaut einfach selber, was für einen brutalen Schaden die im Vergleich zu der anderen Waffe macht. Ich habe hier zum Beispiel schweres Großschwert des Bewachers, ein Scaling of S auf Stärke. Ich habe 55 Stärke, ist nicht das Maximum, aber ist schon sehr krass. Und habe einen Schaden jetzt hier von 700, aber das ist bei der Löwenkralle nicht so ausschlaggebend. Und was ich dazu sagen möchte, keine Passiveffekte. Und wenn ich jetzt mal einen Angriff mache, Sekunde, ich respawn den eben schnell. Ich mache das immer gerne hier, den Test, weil der Gegner ist relativ stark und der macht halt auch nichts. 1-8, 1-5, Dote. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal mit der Fäulnis-Groß-Axt, mit der eisigen Fäulnis-Groß-Axt, die 153 auf Frost und 65 auf Scharlach-Fäule hat. Auf den Gegner. Und dann werdet ihr staunen. Ups. Das war ja clever. Das hat nämlich bemerkt. Das machen wir gleich nochmal. Aber da war auch nochmal der Eisschaden mit 2000. Ups. Ne, ich will euch das gerade nochmal richtig demonstrieren. Ohne, dass ich Fettfinger... Also langsam hier anpirschen, sodass er mich nicht bemerkt. 1-9. Und tot. Plus Scharlach-Fäule plus Frostschaden. Wisst ihr, was das heißt? Das ist einfach komplett geistesgestört, was die Waffe für einen Schaden raushaut. Ich muss es euch nochmal... Ich glaube, ihr versteht das nicht, wie krass diese Waffe ist. Versteht ihr das nicht? Also 2000 Schaden auf einer Waffe, schön und gut. Aber plus Scharlach-Fäule und plus Frost. Da kann mir niemand erzählen, dass das normal ist. 2-3. Ups. 3000! Da kann der Frost schaden. Oh mein Gott. Das ist so satisfying, ich sage es euch. Oh mein Gott, ey. 2K. Jetzt will bestimmt noch der ein oder andere das bei nochmal stärkeren Gegnern sehen. Dafür gehen wir mal hier nach... Habe ich irgendwo stärkere Gegner als Halligbaum aktuell? Ja, hier. Kämpfen wir da mal gegen so einen Riesen. Wo es die Axt gibt und wo es auch die Löwenkralle gibt, werde ich euch gleich nochmal zeigen. Wobei die Löwenkralle habe ich euch ja schon im letzten Video gezeigt. Ähm, ich werde jetzt da vorne nochmal rein stompen und äh, da äh, kann ich überhaupt Frost auslösen? Eigentlich schon, ne? Die machen sich gar keinen Schaden. Das ist ja nur ein Showkampf hier. Wusstet ihr das, dass das nur ein Showkampf ist? Ah, da ist der Schaden. 4.000. Alter. Die Waffe ist einfach komplett busted. Mit der, äh, Asche. Oh, nicht getroffen. Wieso kämpfe ich eigentlich gerade gegen 2? 2.6. Oh mein Gott, macht das Spaß. Zack. Zack. Oh mein Gott. Also, da kann mir jeder, da kann mir niemand was erzählen. Die Waffe ist komplett broken. Jetzt sag ich nochmal ganz schnell, wo er die Waffe bekommt. Dafür müsst ihr nach Ordina. Wenn ihr wissen wollt, wie er da hinkommt, einfach mal meine Videos alle durchforsten. Ich hab das schon mehrmals gezeigt, wie ihr nach Ordina kommt. Und dann müsst ihr einen ganz bestimmten Gegner besiegen. Da vorne steht er schon. Der Reihenfäule Ritter oder so, ich weiß es nicht ganz genau. Ich gucke gerade mal, kann ich die Waffe eigentlich nur irgendwie borsten? Guck mal, ich hab hier einen goldenen Skarabeus. Da kann ich bestimmt noch was besseres reinpacken, oder? Dann hoffe ich, dass es mir noch mehr Schaden gibt. Hm. Egal. Drauf da. Die gleiche Waffe wie ich. Das gefällt mir nicht. Oh. Oh, da war schon der Froschschaden. Zwei Attacken, da kommt schon der Froschschaden. Oh, oh. Oh, da ist er tot. Da ist es. Vollnis, Großarzt und sogar die Beinschutz. Beinschutz des verrottenen Duel landen. Also da kriegt ihr die Waffe. Und ich hatte es im letzten Video schon mal gezeigt. Die Löwenkralle, ich sag es trotzdem nochmal für die Leute, die es nicht gesehen haben. Die Löwenkralle kriegt ihr in der Festung Gael, wenn ihr da unten den Löwen besiegt. Und was ihr halt machen müsst. Ganz wichtig ist die Waffe, wenn ihr die Asche einstellt, auf Frost zu machen. Ihr könnt auch auf Blutung gehen, dann ist aber die Scharlachfäule weg. Deswegen würde ich eher den Frostschaden mitnehmen. Und dann haut die Leute einfach weg. Es ist komplett broken. Also ich habe schon gedacht, das Rittergroßschwert, weil ich euch das das letzte Mal gezeigt habe, mit 1500 plus Blutung, wäre broken. Aber was ist das denn? Scharlachfäule plus Eis plus 2000 Schaden. Komplett broken. Lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet. Und ob ihr irgendwelche anderen geheimen Waffen vielleicht noch habt. Wie gesagt, das Großschwert des Bewachers habe ich ausprobiert. Das war nicht so stark. Falls ihr noch irgendwelche Geheimtipps habt, gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, abonniert den Kanal, liked das Video und bis zum nächsten Mal. Haut rein.